Cooler jetzt zum verballern Dafür Ja Noch ne Einzelkiste daneben Keine Ahnung was wir damit machen Sollen wir in der rechten Kiste Die ganzen Dinger da reinpacken? Alles klappt? Und Enderman dahinten Enderman? Oh geh weg 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 Creeper So was füllt sich jetzt auf Die Babels doch Warum füllt sich der denn nicht auf? Obwohl Wasser drin ist Weil der nicht dafür gedacht ist Aber da können wir drüber speichern Das ist Enderman's Ernst Ich will den auch kaum Haha Ender Bärle Ja der Creeper nerft das stimmt Lass Lass Hallo Halt was hin Okay Da kannst du dir viel knicken, dass du mich dein Interesse sack Hm Hm Da bist du Äh Mach ich nicht so Mal Zack, zack, zack Oh meine Knochen Oh meine Knochen So Ja Ja Und hier nix mehr Ich pack mal alles was du von dem Ding hier bekommen hast Von dem Sieb darüber ne in die Kiste hier Hier Okay Okay Oh die Babels werden voll Ja Ja Lass die halt voll werden Wir können noch gut neue Babels machen, so ist das nicht Ich pack ein Tuch halt erstmal wieder in die Kiste hier rein Mhm Wollt die momentan eh nicht mehr brauchen Erstmal Bevor die Plattform wieder begrössert wird Kann ich erstmal weitermachen mit Wie viel Sitzlinge haben wir noch Hier 13 Ne Jetzt füllen sich die anderen Barrels natürlich auch Ja Aber ich glaube wenn wir einen Raum dafür machen Und dann Block drüber setzen Und dann zu einem Raum, dass da kein Wasser rein kann Dann ist das eigentlich rein Ja dann wirds alles gut Weiß ich nicht, ob du jetzt was reinstecken kannst an Erde Ne ich glaub nicht Hey, hier waren noch meine Würmer drin eh Bei uns Aber es ist auch die Erde Geh weg Guck mal du dich um den Baum, um den Holz zu haben da drüber Oh was sind meine Würmer vernichtet? Ja warum Ich will gucken was brauchst du wenn man das ganze Ding voll macht Ganz normal Erde Ganz normal Erde No Du komposierst den Scheiße Äh 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 Stell dich da hin Monster Zeug Als nächstes brauchen wir ein ähm Possible Hier Possible Und dafür brauchen wir nämlich Boundmeal Und Clay Da ist der Crucible Äh Ein paar Knochen hab ich da drin Hä? Das sind auch Crucible Ja Wir brauchen aber einen anderen Crucible Okay Ja Müssen wir halt auch vorne noch brennen dann Okay Deswegen Wir brauchen halt Stay Ähm Wo waren das normalere Huh Also wir brauchen Wasser Wir brauchen A das kriegen wir wie? hehehe fack beim 7 das kriegen wir durch 7 ja die frage ist was müssen wir da 7 weil wir brauchen halt lava dann können wir nämlich dadurch automatisch einen Kabelstorngenerator machen wir haben ein Ziel wir brauchen erstmal einen Eimer ja na wie willst du lava transportieren nein das ist meins und ich glaub das das können wir halt erst oder kriegen wir nur durch sieben von Cobblestone das weiß ich nicht glaub ja hast du noch einen Cobblestone? nein schade können wir noch ein zweites Sieb bauen? warte erstmal deine Bäume sind hier nämlich fertig lass uns nicht so hetzen wir haben Zeit Gas Gas lass uns lass uns das in Ruhe machen ne? okay Spasti eigentlich eigentlich reicht es wenn wir zwei Barriads erstmal nur für Wasser haben ja und den Rest mit dem Dach versehen ja so würde ich einen da drüber machen ne? ja oder so was hab ich denn vor ich hab das ich will das nämlich so machen bin ich blöd auch wenn du manchmal denkst Mann ist der Scheiße manchmal denke oder immer bei dir denke ich auch immer Mann ist der welch ein netter Typ geht ja gar nicht wie war das mit der Nachricht mit dem Schatten? mhm ey ich hab den riesen größten Schatten aller Zeiten ja den kann man schon gar nicht mehr sehen den Schatten nein bei dir nämlich ja eins woanders ha ha kommst du behindert ha ha genau das meine ha guck mal dass du die Plattform vergrößerst dass wir mehr Bäume setzen können ey ganz ehrlich dann reißt du ein paar von deinen mit ab warum ich twister doch ich mach doch grad schon mal Hälfte Hälfte ey das dauert wenn ich die ganze Zeit nur so Bäume mit kriege mit vier Holz ja also dann ist die schon ein bisschen größer geworden wieder ja alles gut würde ich mal mehr ärgern weißt du das hätt's mich nicht ich muss erstmal hier die Plattform für meinen einen Baum ein bisschen größer machen wir haben ein Zieht bekommen ein Zieht Zieht also ein Weizen Zieht geil ja brauchen wir oder zumindest setz ihn schon mal irgendwo in der Nähe bei uns hin damit er wachsen kann da ja zack ähm nö hau 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 Ja... Bleib... Frage ist, bleibt das, wollen wir kein Wasser haben? Wenn der einmal befeuchtet ist, bleibt der bestimmt. Gibt's keinen, äh... äh, gibt's hier. Haben wir Baummehl? Ja, ja, haben wir. Ich... einen Knochen verwende ich jetzt. Ja, mach doch. Zack. Ey, warum machen wir... Und jetzt haben wir... Haben wir wieder zwei Seeds. Ach, Skyward Planks. Die tue ich weg. Und das lasse ich jetzt den eines mal drauf. Und dann passt das nämlich. Ja, hab ich mich grad wundern, warum kann man einfach keinen Holzeimer bauen? Ne, wir können Clay Bucket machen, ja, aber der verbrennt dann bei Lava. Halt. Dadurch ist er halt einmal verwendbar, aber... Wir können den bei Wasser dann... mehrmals benutzen, glaub ich. Was sind das für Dinger? Ja. Ähm, das sind... Tanks. Und du kannst Wassersprengler bauen. Okay. Weil die kamen nämlich grad raus, als ich das gemacht habe. Ja, die kannst du verbinden. Die kannst du zum großen Tank machen und zum Wassersprengler bauen. Keine Ahnung wie man das baut. Äh, welcher Mod ist das? Keine Ahnung. Die doch. Aber ich glaub, die hast du da weggetan, ne? Äh, in die... Äh... Siebkiste. Ja. Ja. Agi-Craft. Agi-Craft. Ups. Muss das mal. Agi-Craft. Dafür brauchen wir nämlich dann noch den Sprinkler. Und dafür brauchen wir Eisen. Und... Also, vergiss es. Erstmal. Ich glaub, das haben die aber auch ausgeschaltet. Also, das ist halt nur noch Deko. Weil das so extrem schnell gewachsen ist. Die haben ja nicht einiges geändert. Wir können nämlich auch... ...Schieds bauen. Also, dass wir Eisenkühlen haben. Okay. Ach so, dann... Ha. Lass mich raten, das sind diese... Diese Wund... Ja, wo du auch Diamanten nachher rauskriest, ne? Ja. Aber da haben die halt, so wie bei Redstone, das geändert. Weil du hast so... So schnell... Äh... Ein... Stack zusammen gehabt. Ja. Dann weißt du, welch... Funarium... Pumpkin Seed und so. Redstone Squad Song... Plumbium Silver... Just Win... Pumpkin Potato Gold... Das sind ja hier die... Mystery Audience Flower und... Ne... Ja, das sind sie. Donation Box gibt's auch. Aber kein Rezept hier. Ja gut, wir brauchen die... Quad-Modation, ne? Damit wir die Seeds herstellen können. Den Seed Anilizer brauchen wir. Mhm. Es muss ja die Seeds gescannt werden dann. Aber dafür brauchen wir auch erstmal Gas. Leck mich doch. Pups jetzt erstmal alles voll hier. Es gibt mir mal einen dicken Baum. Immer nicht so eine kleine Krüppelkacke. Wie man kriegt diese Krüppelbäume? Kommt's wieder. Und für Glas brauchen wir halt erstmal Sand. Die kriegen wir aus... Keine Ahnung... Krüppel oder... Koppel ist doch... Ja, um Sand zu machen müssen wir Stein sieben. Ja... Jetzt halt doch. Dimm, dämm, dämm, dämm. Dämm, 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 dämm... Dämm, 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 dämm. Und für wenig. ja ich weiß ich bin immerhin geblieben da hat sich echt ein holz dazu gebaut ich glaub's nicht no water da warte ich mal eben kurz das ab wo ist kein erde fünfmal will die fünf durchsieben ich mein erfolg wissen das ist wie so ist das dein ernst was dein erfolge weißt du weißt du das so ansporn wenn man die ganze zeit nur so holz haben ist und so 40 seeds hat damit du fünfmal erde produzieren kannst das ist schon und dann gespannt ist was du daraus bekommst das ist wie so ein kleiner volk immer ich weiß alles normal bei mir was machst du ich warum abgöne ob zuerst ja toll die ungecoin bleiben aber ich hoffe mich kann zahlen egal ich hab die sachen abgelegt du bist ein hyopae ey ich weiß es hat oft gehört zu regnen wir hätten eigentlich mal mehr barrels setzen sollen vielleicht doch na gut das geht ab da können wir automatische liebe bauen klickern ey geh weg und küsst du doch nur aber er zieht sich schneller wenn zwei leute das machen danke was soll das ey mann oh melon seed tu mal rein melon seed wo sind meine stones wo sind die stones schütz mir die stones ja zusammen köften tu die tu die unten in die siebkiste rein was was ja ja damit was hast du vor mit dem stein jetzt steine sieben fuifui geht nicht wie willst du mich eigentlich geht nicht ja tu in die kiste sag nicht wir müssen stein stein sieben geht auch nicht geht auch nicht Vielen Dank.